da blühende französische handelsposten weiß ich nicht ob das geht es könnte zu viele sein machen wir hier spiel speichern der neue gouverneur ist ein lebens angekommen das schaffen wir nicht es will nicht wollte ich jetzt hier mal gucken wie sie aussieht hier die ist auch genauso aus schnell weg hier anländer holländer um die holländische stadt da einnehmen ne oder kommt auch nicht haben wir 224 ich glaube damit könnten wir es schaffen gegen die französische stadt oder nicht weil wenn wir da noch die französische stadt einnehmen ganz ehrlich dann dann sicher kein probleme für die engländer auf der seite warum hat er mir nicht seine tochter gezeigt was soll das jetzt haben wir echt genug leute und jetzt rauf da oder marinda 246 gegen die wird eine ganz knappe angelegenheit aber schaffen wir in der guter dinge dann müssen wir aber nicht von der mitte kommen ja von da können wir das versuchen wenn wir schnell darüber kommen unseren offizieren das ganz gut sein die schön aufs offene feld die ich auch schnell hinterher jetzt so die hätte ich noch gerne aus dem wald raus gehabt aber egal dann kommt nur her die haben schon recht viele truppen jetzt machen so kann noch nicht an gleich warum das taktisch hoffentlich schlau war die hierhin mal eine runde im wald verstecken die hier rüber und einfach mal darauf auf die feuern die auch hier hinter verstecken die würde ich jetzt raus holen und hierhin packen und die hierhin so tack und nächste runde wird krass sage ich euch nächste runde wird krass okay das war nicht ganz geplant dachte nicht dass die noch angreifen können gut die indianer gut greifen nicht an wichtig nur die weiß ich nicht genau wer jetzt gewinnt hätte ich jetzt nicht mitgerechnet die einmal hier so rum und gleich schön von hinten einmal angreifen scheiße die habe ich auch nicht so ganz gerechnet da aber die kriegen wir weg die müssten jetzt aber auch drauf gehen haben noch gehen wir noch ein ran ja so auf die seite auf die höhe könnten wir versuchen hoffentlich lang das ja die haben wir eigentlich eine ganz gute position aber ich dachte die wären weg gut jetzt hauen die ab stark okay die greifen jetzt schön die an und jetzt greifen die schaffen die das kann eng werden bei die und da recht fix ran das sollten ja nicht schaffen den schützen würde ich eigentlich kommen sich jetzt sicher wir machen mit denen dann gehen wir nämlich mit denen auf die rauf hier die auf jeden fall damit nur noch wichtig eigentlich wäre jetzt gut wenn die jetzt da die noch komplett weg schaffen oder so auf ein gut war nicht ganz weg leider ja gut die werden die runde nicht überleben wie greift die an hätte ich nicht gemacht gut die kommen da jetzt noch nicht ganz ran leider würde ich so machen jetzt jetzt die hier angreifen ich glaube das schaffen wir echt gut aus den daran und auffeuern ja das war gut ja das ist egal krank jetzt einmal an jetzt kann ich mir die an und die sind weg das war gut 2100 gold stücke sehr schön im händler lieber nicht schenke können wir mal aufsuchen jungs noch mal mit dem das sind wir immer mit wollen nichts von uns auch gut raus statt verlassen ok was willst du noch von uns nichts gemacht befördert uns erstmal nachdem wir angegriffen haben oha maschallah tut uns ja leid stadt es ist egal tschüss tschüss 1 da gleich nochmal angreifen ist aber auch von der Mitte, oder? Ja, von hier schön rauf, da. Ist immer gewagt von der Mitte. Die können gleich schön in die Wälder hier rein. Links weg. Und die schön auch hier mithin. Hoffentlich können die nächste Brune schon draufschießen. Die können doch nicht angreifen, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Deswegen bleibt mal bitte hier. So, und die schießen jetzt schön auf die. Hm, die gehen nur ein vor. Die geht nur noch da und wartet noch nochmal eine Runde. Hier geht es so hin. Und rauf. Okay, wenn die jetzt noch schießen können. Ja, jetzt müssen die weg sein. Stark. Okay. Die werden jetzt schießen einmal auf die hier, denke ich, ja. Auch noch auf die hier, okay. Ja, jetzt seid ihr dran. Ähm, gut, ihr greift die an. Geht hier und greift die an. Boah, knapper Kampf, glaube ich. Hier kommt raus, greift die Indiana an. Und ihr beschießt die jetzt alle. Dann müssten die auch an sich weg sein. Ja, sehr schön. Boah, du zufällig den richtigen ausgesucht. Wieder falsch geklickt, er hat nicht zu schnell geklickt. Der wird uns jetzt ja befördern. Oh, Maschallah. Da gehen wir natürlich zum Tanz da mit bei, ne? Warum können wir da jetzt nicht? Warum dürfen wir jetzt mit der nicht tanzen? Hallo, ich möchte mit der tanzen. Darf ich nicht? Okay, toll.